hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft mit dem momo und dem domo wir bauen heute weiter an unseren wir springen einfach nur dumm in der gegend rum oder nein das machst du ich mach das nicht doch du machst das auch gefälligst ich habe keine Wolle mehr ich gewollte Sattel sammeln und du machst einmal schön weiter wir wollen nämlich heute und unserem Mikroverschiebungen verschiebt hat keine gemerkt wir waren und nicht gehört bei Stadion weiter oder die dort ist jetzt geladen das machen wir alles machen sondern bei euch diesen blöden Haufen ich wollte jetzt unbedingt noch was sagen was ja genau Wolle 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 ja ich kümmer mich um Wolle vielleicht du verwirrst mich du verwirrst mich einfach das ist äh ich glaub's nicht ja genau Wolle wie viel Wolle hast du denn jetzt verbaut 39 39 ok dann werden wir noch mal ungefähr dasselbe brauchen ja ähm Zaun Problem ist nur dass ich kein einziges schaffte Du? ja ich hab auch noch kein einziges Schaf getroffen wir müssen uns welche fangen welche Schafe fangen ja ich glaub ich weiß wo wir welche finden du könntest die auch Esel schoren ja wenn du das denn kriegst ähm ich weiß wo welche sind hier im Schwarzeichenwald waren welche ja da geh ich mal hin ja mach mal ja hier sind Schafe hallo dann mach mal alter der böse Mann mit der Schere kommt oder die Handschuhe so scharf geschworen zwei Stück schon und da ist das dritte so jetzt hab ich acht Wolle ach super das sieht man direkt ach ha 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 bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen Pflasterstein in deiner... Auf jeden Fall. Ja, hast du? So, ich habe jetzt 12 Wolle. Also in deiner... Das ist sehr gut, dass du 12 Wolle hast. Nein, ich wollte sagen, in deiner... Ja, der Jomo ist heute nicht dabei irgendwie. Nein, nein. Obwohl Minecraft macht einen Riesenspaß. Was? Aber ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Ich glaube, ich hätte weniger trinken sollen. Keinegel. Pflasterstein hast du das in deiner... Ja, ich habe Pflasterstein in meiner Kiste. Im Lager. Ja, genau, Lager. Gehst rein, links, erste Kiste, rechte Seite. Mach ich gerade, was ist los? Ja, mach ich. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du schon einmal da bist, kannst du ja ein bisschen... Schwarzeichenholz mitbringen. Echt jetzt? Ein paar Stämme, ja, wenn du da einmal schon bist. Brauchen wir noch welche? Warte mal, eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, fünf, acht... Neun... Ja, ich habe neun 64er-Sticks. Schwarzeichenholz. Ja, sie sind Sträuße, also Straußenvögel. Hallo? Ja, neun 64er-Sticks hast du. Was? Holz. Achso. Holz. Und du bist der Meinung, dass wir noch was brauchen, oder was? Ja, das ist ja nur Holz. Das sind ja nicht die Stämme. Ja, ich habe noch jede Menge Stämme. Irgendwie zwei 64er. Okay. Ja, wenn das so ist. Im Lager, glaube ich. Aber ich kann... Ich hole trotzdem welche. Okay. Das ist super. Ja, super. Ach, da ist noch ein Schaf. Das schnappe ich mir... Oh, komm her, komm her, komm her, komm her. Mäh, mäh, mäh. Ich spreche deine Sprache, deswegen kommst du zu mir. Ich spreche deine Sprache, ja. 27 habe ich. Ja? Ja. Das ist super. Es ist dunkel, es ist schlecht. Okay, ich kümmere mich erstmal jetzt hier um die Bäume. Mach mal. Nicht wahr, ihr mäß. Mach das einfach, mach, mach, mach. Mach ich auch. Ja. Ey, mach doch. Ich brauche aber erstmal ein bisschen Licht. Ne, warte, die lasse ich mal. Oh, ich habe noch acht Fackeln. So, viermal Zaun habe ich. Also den ersten Baum reise ich hier schon mal ab, ne? Okay. Ja, aber nur ausnahmsweise, ne? Ja, mach ich auch, mach ich auch. Wo war nochmal der Pflasterstein in deinem Lager? Also du gehst rein, linke Seite, rechts die Kisten, erste Reihe, unten. Kompliziert genug? Wow, ja, das war kompliziert genug und ich habe es kapiert. Danke. Echt? Ich habe es kapiert. Ich wollte es eigentlich so machen, dass es nicht kapiert ist, aber okay. Alter Schwede. So, warte mal, ich hatte doch noch irgendwo eine Kiste. So, mitnehmen. Aber ich habe auch Pflasterstein bei mir komischerweise. Ja, das können wir alles gebrauchen. Ich bereite eine Kiste vor, wo wir alles Pflasterstein reintun können. Denn ich habe überlegt, wir werden das erstmal aus Pflasterstein bauen. Okay, wenn du das sagst. Habe ich jetzt so überlegt. Erstmal. Ja, wir brauchen auch noch ein paar Treppen. Mein Inventar ist voll, also ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, macht nichts. Oh cool, hier ist ein Birkenbaum gewachsen. Eine Birke. Und eine Eiche. Ich bringe hier mal ein bisschen Holz mit. Also hier sind so viele Bäume und es ist so viel Holz pro Baum. Ja, du brauchst nur ein bisschen. Nur ein oder zwei Bäume, das reicht. Wir bringen schon so viel Holz. Wo waren jetzt die verkackten Kisten? Wir hatten die Kisten mitgenommen, das geht doch nicht. Den einen oder anderen Setzling habe ich direkt auch noch mit. So, zack. Ja, war das. Hast du etwa die Kisten aus meiner Hütte mitgenommen? Ne. Hm. Komisch. Wieso sollte ich das tun? Ich weiß nicht, weil du vielleicht kriminell bist, aber... Ja, okay, das ist ein guter Grund, aber... Nein, ich weiß nicht. Nein, du weißt nicht, okay. So, jetzt habe ich 30 Mal Wolle. Mee, sagt er schafft. Mee. Da ist ja überhaupt nichts drin. Ach komm, dann können wir jetzt eine Kiste nehmen. Nehmen wir einfach eine Doppelkiste. Ha, 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 ha. So, und das ist ganz normales Gras. Okay, super. Moment mal, ich muss mal was ausprobieren. Aber... Hä? Was ist das dann? Okay, ich wurde gerade verabelt. Verabelt? Ja. Macht dir nichts aus. So, okay, noch ein Schaf. Jetzt habe ich 33 Wolle. Jetzt muss ich schon mal gucken. Oh, da hinten ist irgendwo noch eine Fackel. Vorsicht, die Schreiber, die muss ich nämlich mitnehmen, die Fackel. Die hat da nichts zu suchen. Hallo? So, und zack, einmal die Fackel weg. Ich habe 64,64,25 Holz. Was schon mal wurde zu... Minus 330,5, 63,5 und minus 10,5 teleportiert. Ja, cool, oder? Habe ich alles gemacht. Alles so... Da kann ich mich ja gleich auch mal hinterlebotieren, ne? Ja, aber nur ganz, so ganz kurz. So, ähm... Ja, wo tue ich jetzt die Doppelkiste hin? Ach, ich tue die jetzt mitten aufs Feld, ne? Ich tue die Doppelkiste einfach mitten aufs Feld, weil dann wissen wir... Jo, da ist es. Warum? Was ist denn in der Doppelkiste drin? Wozu brauchen wir die? Ja, Pflasterstein. Pflasterstein, Pflasterstein. Und warte, Pflasterstein. Und, äh, Schwarz... Äh, Schwarz-Eichenholzbretter. Schwarz-Eichenholzbretter. Okay, Pflasterstein und Schwarz-Eichenholzbretter. Ich muss noch mal ein bisschen aufräumen hier in meinem Inventar. Alter Schwede. Ne, 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 ne. Hm, ja, okay, ich hab jetzt hier ein bisschen... Du hast jetzt hier ein bisschen... Was hast du hier von... Oh, was ein bisschen... Ich hab jetzt ein bisschen wollen. Ich hab wieder 36. Ah, oh. Ich befürchte nur, dass das nicht reichen wird. Aber ich teleportiere mich mal zu dir. Äh, Slash-TP. Oh, nicht T, O. TP. Und dann, was ist das? Minus 330. Und der zweite ist 63. Und dann 10. Das ist 330 minus 300. Ach, ne. Ja, ich bin da. Cool, super. Freut mich doch. Ich mach jetzt halt noch die Welt aufbaut. Ach, hier, hier. So, ähm... Du hast ja in einer Waffel, Alter. Wie schnell? Oho. Guck mal, ich hab jetzt einfach den Block weggehauen. Das hast du... Und da mach jetzt das Fackel hin. Das ist unsere Mitte, ne? Ja, das Fackel ist unsere Mitte. Das ist das Zentrum allen Übels. Das Zentrum. Oho. So, ich werde gleich wieder zurückgehen zum Schwarz-Eichen-Wald, weil ich habe nicht genug Wolle. Immer noch nicht. Ne. Immer noch... Das geht so... Du kannst doch nicht einfach wieder zurückkommen mit... Wie... Nicht genug Wolle. Ich glaub's nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ey, geh mir doch nicht im Weg, Alter. Wie gehst du denn? Warum nicht? Nein, nein, nein. Das find ich nicht gut. Ja, haha. Na, da geht der wieder weg, ne? Ja, ich geh wieder weg. Find ich doof. Find ich doof. Find ich doof. Okay. So, jetzt hab ich hier einmal... Ich mach ein paar Treppen, ne? Äh, ja, mach mal, mach mal. So, Wolle ist weg. Jahu, jahu. Das war's. Und ich bin wieder weg. Tschö. So, zwölf Treppen hab ich, ja? Dann verschwinde mal wieder. Schwarz-Eischenwald, teleportieren. Und zack, da bin ich wieder. Ja, meine lieben Freunde. Da müssen wir in die ganzen Schafe hin. Ich hab sie nicht, ich hab sie nicht, ich hab sie nicht. Schaf, 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 schaf. Oh, da ist auch ein Schaf. Hallo, hallo. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bleib stehen, bleib stehen. Nicht weglaufen, Schaf. Nicht weglaufen. So. Lauf unter dem Leben. Was? Nein, das arme Schaf. Wow, dir fehlt aber nicht mehr viel Wolle. Warte. Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich hab jetzt wieder drei. Ich hab nur einen Schaf geschoren. Und da ist das zweite. Zack, jetzt hab ich sechs. Komm her. Komm her. Ja, warte mal, wir waren das. Jetzt hab ich sieben. Ach, ja, wunderbar. Schaf, die Beleuchtung. Weißt du, was ich mich frage? Ob man eine Schere verzaubern kann. Hör mal. Was? Eine Zau... Eine... Ja, weiß ich nicht, ob man das machen kann. Ich probier's einfach mal aus. Äh, Home Sweet Home. Hierzu teleportieren. Äh, da ist das Lager. Probier ich direkt mal aus. Ja, warte mal. Ich gucke gerade mal. Ähm, du kennst das doch bestimmt bei Minecraft, wenn man auf irgendein Objekt guckt, dass das dann so schön umrandet wird. Mit diesen Vierecken. So. So wie da jetzt. Ja. Ähm, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, liebe Zuschauer, aber das ist ja nicht so schlimm. Und, ähm, ich hab das irgendwie, wenn ich mir die Blöcke angucke, seh ich das nicht. Äh, doch, aber das siehst du nicht so direkt. Das musst du mal bei den Shadern ausmachen. Das ist das New Block Breaking, glaube ich. Wenn das an ist, aber... Da musst du einfach mal den Shader rausnehmen, dann müsstest du es wieder sehen. Ach, New, 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 Tweak, ne, Tweak Block Damage. Mach einfach mal an, dann wirst du sehen. Ich mach einfach mal an. Oh, genau. Äh, ich brauch Paypaw. Ja, nee, das ist es auch nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Klip. Ja, super. Keine Ahnung. Äh, super. Ist nicht so wichtig. Okay. Ja, ich mach schon mal eine Umrandung. Nochmal. Okay. Ungefähr, wo dann die Tribüne anfängt. Ah, jetzt muss ich erst mal neuen Dings basteln, ne? Neuen Zaubertisch. Wir haben keinen mehr. Was? Wir haben keinen Zaubertisch mehr? Ne, wir haben ja vorher mit Enchanting Plus gehabt. Dann hatten wir ja den Plus Enchantment Table. Ja. Und, äh, der ist ja jetzt weg, weil die Mod ja nicht mehr da ist. Weil's hier ja dummerweise nicht für die 1,7 gibt. Ja, noch nicht, ne? Pferd, gehen wir auf Seite jetzt. Ja. Geht's noch nicht. 1, 2, 2, 1. Papier. Jetzt hab ich 18 mal Papier. Oh. Und jetzt noch Wolle. Und jetzt hab ich... 18 mal Papier? Jetzt hab ich 6 Bücher. Was machst du denn mit Büchern? Ich mach mir jetzt einen Enchantment-Table. Ach so. Okay, mach mal. Lass dich nicht von mir stören. So, jetzt hab ich noch 35 Diamanten. So, plöpp. So, schnell den Enchantment-Table setzen. Und dann bin ich fertig. Ich hab jetzt zwischen dem Zaun zwei Platz, wo man dann einmal um das Spielfeld herumlaufen kann. Zwei Platz. Und dann kann da die Tribüne anfangen, so wie wir das dann machen wollen. Okay, Dude. Okay, eine Schere kann man leider nicht verzaubern. Warnversuch wert, es klappt aber nicht. Naja, was soll's. Dann sag ich mal wieder Adieu. Kommst du wieder zurück? Nee, du gehst wieder... Du warst hier? Ja, ich war im Lager. Ach so, du warst im Lager. Ich hab ja neuen Enchantment-Table gebastelt und so. Ach so, ja, ja. Aber ich muss ja noch ein paar Schafe scheren. Ja, wie viel Wolle hast du schon? Neun Stück. Neun hab ich jetzt ja. Ja, da wirst du nicht ganz mit auskommen. Nee, ich würd sagen so... Aber dein ist doch ein Schaf. Augenmaß, du brauchst ungefähr 20. Was? Ja. 20. Boah. Watch Egg-Hatching soon. Keep watch the Hedge-Creature will be lost. Ja, nee, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht so. Ja. Ich hab 15. Was hast du? 15 hab ich. Wo ist hier ein Egg-Hatching? Ist das weg, okay. Egg ist tot. Tut mir leid. Was? Du hast das Egg... Du hast das Ei getötet? Nein, ich wusste ja nicht, wo es ist. Ach so. Hättest du es gefunden, dann... Ne? Aber sonst? Ja, so schon mal nicht. Also die Kreatur lebt jetzt zwar höchstwahrscheinlich, aber die ist jetzt ohne Besitzer. Mutterseelen alleine. Hallo Schafi, Schaf. Ich hoffe, das haut so hin mit dem... So wie ich das jetzt hier mache. Ach, wusstest du, dass man diese Ends nicht tamen kann und nur mit Äxten angreifen? Die sind gegen jegliche andere Waffen immun. Die kann man wirklich nur mit Äxten angreifen. Ja gut, das klingt ja auch logisch, oder? Ja, das klingt logisch. Ist ja ein Baum. Einen Baum kann man nur fällen mit einer Axt. Man könnte es auch mit Schwert versuchen. So, da bin ich wieder. Du bist wieder... Hey, der ist wieder hier. Hey, was geht, Alter? Guckst du mal den Rand an da? Ich glaube, 20 reichen nicht. Ich hab keine Ahnung. Jetzt hast du die Wolle da. Da hast du aber nicht anständig gemacht. Ja, okay. Mir fehlen noch drei. Super, kannst du ein Schaf scheren und dann hast du es. Okay, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ich muss nochmal zurück. Der geht schon wieder. Guck mal, da ist noch ein Schaf. Aber wir werden noch eine Gesundheit. Wow, danke. Ich glaube, wir werden trotzdem noch ein bisschen mehr Wolle brauchen. Voll das Kribbeln in der Nase, ja. Was, wir brauchen noch... Ich hab nur einmal Wolle? Ja, wir brauchen noch mehr Wolle. Jetzt hab ich nur zweimal. Was ist denn jetzt los? Ich hab die geschoren und nur zweimal Wolle? Moin! Ja, wir brauchen noch mehr Wolle. Wir müssen irgendwie noch eine Mittellinie machen. Und noch andere tolle Linien. Andere tolle Linien. Ja, Schafe, eure Wolle muss schneller wachsen, Lister. Ich würde ja gerne eins mitnehmen. Zu Hause laufen ja irgendwie gar keine von den Viechern rum. Oh, da hinten ist noch ein Schaf. Dann hab ich die drei Wolle zusammen. So, weg damit. Hey, Schafi, Schaf, 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 Schaf. Mäh, 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 mäh. Komm her, komm, komm, komm. Wo sollte eigentlich der Eingang sein in das Stadion? Zack, vier Stück. Alter, hallo? Ähm, ja, an den Tribünen hinten. Ja, das... An der Tribüne sollen wir dann hergehen und so. Ja, ja, ja. Und an den Seiten kommen dann am besten, so wie war es im American Football Field, so die Spieler raus und, äh, ja. Ja. Ja, machen wir hinterher. Ja, wie schön, wie schön. Details, komm. Details, Details. Okay, okay. So, ich hab jetzt erstmal wieder sechs Wolle. Ne, sieben, oder? Ja, sieben. Äh, Stiepi. Oh. Und da bin ich auch schon wieder... Ja, hätte ich eigentlich auch so machen können. Ja, wir brauchen ein bisschen Platz dann noch, ja. Ist ganz schön... Ja, ist schon, hat schon eine nette Größe, oder? Ich find's schon mal cool. Ups. Oh, ne, schon wieder Regen. Ah, dat geht mir ja auch von Senken. Warum schon wieder Regen? So schlimm ist der Regen jetzt auch nicht. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge schon Regen. Ja? Ja. Ah, hab ich schon wieder vergessen. Verdringt. Ach, so schlimm find ich Regen jetzt auch nicht. Ja, doch. Das hatten wir schon so oft. Ja, nun... Na, egal. Ah, warte ich nochmal eben hier und den hier fertig. Mach mal den hier fertig. Eigentlich müssten wir dann noch eine Mittellinie machen. Ja, ja, das müssten wir haben. Von hier und... Nein! Doch! Haha! So. Guck, eigentlich müsste es dann so sein. Weißt du? Ja. Ja, so viel Platz... Ach, die Wolle hab ich jetzt nicht, Alter. Mach nichts. Ich mach trotzdem mal auf. Äh, was sagt die Zeit, Alter? Äh, 17. Ich denke, wir sollten einfach mal ein bisschen Früderschluss gleich machen. Okay. So. Wir springen einfach mal wild um dich herum, ne? Ja, mach mal. Ich springe mal wild um mich herum. Ähm, Alter? Ja? Was hältst du mit dem Rand hier? Ich hab jetzt... Hier könnte man Sitzplätze machen. Ich glaub, das ist ein bisschen eng, oder? Nein, hier sind doch die Trainerbänke und so, weißt du? Ach so, ja, genau. Wir könnten in die Wand setzen. Die Tribüne kommt jetzt da drüber. Wir könnten das in die Wand setzen. Warte mal, die Tribüne und so, da nehmen wir mal Schwarzeichenholz, oder? Ja, nein, 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 warte, 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 warte. Brauchst du nicht machen. Ich hab in der Kiste ist ordentlich was drin. Das kannst du alles nutzen. Wow. Ja, du hast recht, da ist ordentlich was. Verdammt, ich hab meine Diamanten mitgenommen. Die sind jetzt mal hier in der Kiste, ne? Damit da nichts passiert. Okay. Ah, wir müssen noch... Wir müssen noch ein Tor bauen. Halt. Ja, Tore, die machen wir am besten aus Gittern. Das sieht, äh, doch eigentlich dem... Netz am ehesten. Ähnlich. Am ehesten ähnlich, ja. Plüpp. Oh, das ist nur ein 60er. Ich will keinen 60er. So. Ja, wir machen dann einfach hier ein Tor hin. Plüpp. Also, ich würd' sagen, das mach ich mal eben hier. Ah, wie machen wir das jetzt mit der Tribüne? Also, ich würd' sagen... So, da wo ich so einen hässlichen Erdblock hingesetzt hab, da kommt das Tor hin. Okay. Din, 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 din. So. Plüpp. Momentchen mal, ich baue hier gerade... Ja, aber ich... Was wundervoll ist. Ich wollte dich nicht aufhalten. Mach ruhig weiter. Hups. Da ist das Holz leer. War super. Ja, zum Glück hab ich ja noch ein bisschen was mitgebracht. Aber wir haben ja einen beinahe unbegrenzten Vorrat. An unserem Schwarzeichenholz. Äh, Wald. Schwarzeichenwald. Ach, du machst das direkt hier am Rand? Das find ich cool. So, das kommt dann da drum. Dann könnte man... Ah, blödes Gras, ey. Gras ist scheiße. Jedes Gras, egal. Ja, alles Gras ist doof. Du bist kacke. Weißt du jetzt Bescheid, Gras? Äh. Oh, ich hab kein Schwarzeichenholz mehr. So, hier könnte man dann Sitzplätze hin machen. Einmal. So, jetzt hab ich wieder ein neues. Ja, jetzt hab ich mich schon wieder vertan, ey. Das ist doch kacke. Oh. So, okay, wunderbar. Jetzt kommt hier die Tre... Ne, hier. So, ich würd sagen, dass... Direkt da hinsetzen? Ja, die kommt direkt hier drüber. Ja, warte, 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 warte. Komm mal auf die andere Seite. Ich glaub, du musst die einen, äh, so noch nach hinten setzen. Meinst du? Ja. Komm mal zu mir rüber. Ich steh auf der linken, linken Seite von Ihnen. Ja, Momo. Ja, bitte. So, bitte gucken Sie. Hier könnten wir eventuell Sitzplätze für den Trainer und seine Mitleute machen. Okay, also meinst du, das sollte einen weiter nach außen? Ja, das mein ich. Das sollten wir machen. Ja, gut, dann haue ich das mal eben wieder weg und dann machen wir jetzt Schluss. Ja, das machen wir. Nachdem ich das Verdauern habe, denn das muss noch eben weg. Hilfst du mir oder bist du zu beschäftigt? Ich bin viel zu beschäftigt und gehe jetzt... Also, das kann ich jetzt nicht... Doch, komm, ich helfe dir. Den, 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 den. Aha, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein. Ja, du wolltest doch meine Hilfe. Warum... ...wirst du dann schneller sein? Danke. So, du hast zwei Dingsens aufgesammelt. Zwei Treppen. Zwei Dingsens. Ja. Zwei Treppen müsstest du haben. Ja, bitte. Die hätte ich gerne wieder. Ja, da vorne. Danke. Da sind sie. Okay, das lasse ich aber hier mit dem Holz. Machen wir jetzt. Gut, dann machen wir jetzt Schluss und hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Ja. Und dass ihr dann in der nächsten auch wieder erschaltet. Ja, ich habe vergessen zu sagen, wir bedanken uns recht jetzt für's Zuschauen. Und das tun wir. Das tun wir. Ja, das tun wir. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.